Ja, jetzt schauen wir mal, in welchem Level wir jetzt ankommen. Direkt mal unseren Kollegen gerettet. Seltenheit, würde ich sagen, eher hier im... ...im, ja... ...Kampf... ...in der Herbst... ...keine Ahnung, Oase. Oh, hier sind wieder ganz viele... ...Sumpfgebiete. Ah, da haben... Oh nein, öööö... ...ist ja billig. So, Kollege hier, wird erstmal alle... ...ja, es ist ein bisschen anders als bei Hooded and Swins 1. Da kann man nämlich sehr schön... ...ah, hier, das ist eine Falle, sehe ich gerade. Wir werden hier eingekesselt von... ...oh nee, kommt schon wieder so ein komischer Panzer. Aber wir werden einfach mal hier eine kleine Handgranate zücken. Hehehe. Nein, das habe ich meinen Kollegen... ...eigentlich müsste das auch ein Leben abgezogen bekommen, finde ich. Oh nein, was ist denn jetzt passiert? Jetzt bin ich einfach reingelaufen, ich... ...Hornochse. Jetzt habe ich schon wieder diesen blöden... ...hah, habe ich mich festgesetzt. Ja. Oh, das war jetzt eine Glanzleistung. Haha, ich glaube, ich kann nicht mehr. So, wo lang muss ich? Wo lang muss ich? Über die Schienen. Todesmutig. Hier sind noch ein paar Bombenkrate. Oh nein. Oh Gott. Das ist ja jetzt doof, langsam. So. Ne, nochmal falle ich nicht drauf rein. Ja, siehste. Da, da. Hier geht's lang. Ah. Da kommen bestimmt noch ein paar, ähm... Oh nein. Das ist immer schon wieder so weit. Immer ein bisschen aufpassen hier. Oh. Was ist das denn für einer hier? Da, versteckt er sich im Graben. Der ist geglitscht, der Heini. So, kommst du her? Kommst du her? Hehe. Captured. Yeah.